Es ist immer schwierig, wenn man auf einen wie Sir Alex Ferguson folgt. Er hat über lange Zeit sehr viel für Manchester United getan. Dann kam David Moyes und hatte es sehr schwer. Und nun ist Louis van Gaal gekommen. Louis ist ein Macher. Er hat Spieler immer besser gemacht. Er hat eine sehr gute Vorstellung von Fußball und glaubt immer an sich. Und auch die Spieler glauben an seine Philosophie. Das ist klar erkennbar. Wenn man einmal vergleicht, die ersten zwei oder drei Monate mit den vergangenen drei, da hat sich die Mannschaft schon sehr verbessert. Ich bin mir sicher, dass das in der kommenden Saison so weitergehen wird. Kann er die Mannschaft also zum Titel führen? Ja, er weiß, wie man Titel gewinnt. Mit Barcelona ist er mehrmals Meister geworden. Und auch mit Ajax und Bayern hat er es geschafft. Deshalb weiß er, wie das geht. Ohne Zweifel, er ist ein Weltklasse-Trainer. Er ist ein Weltklasse-Trainer. Fürsure. 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 Fürsure.